Eine der klassischen buddhistischen Lehren über Hoffnung und Furcht beschäftigt sich mit den sogenannten Achtweltlichen Dharmas. Dabei handelt es sich um vier Gegensatzpaare, vier Anteile, die wir mögen und nach denen wir süchtig werden, und vier, die wir nicht mögen und unbedingt vermeiden wollen. Die grundlegende Botschaft lautet, dass wir leiden, wenn wir in den Achtweltlichen Dharmas gefangen sind. Erstens wünschen wir uns Vergnügen. Wir sind süchtig danach. Umgekehrt hassen wir Schmerz. Zweitens mögen wir Lob und haften daran. Kritik und Tadel versuchen wir zu vermeiden. Drittens lieben wir Ruhm. Schande hingegen ist uns ein Gräuel. Wir versuchen sie uns vom Hals zu halten. Viertens schließlich hängen wir am Gewinn und versuchen zu bekommen, was wir uns wünschen. Auf keinen Fall möchten wir verlieren, was wir besitzen. Nach dieser recht einfachen Lehre ist es das Gefangensein in den vier Gegensatzpaaren, Vergnügen und Schmerz, Verlust und Gewinn, Ruhm und Schande, Lob und Tadel, was uns im Leid von Samsara festhält. Wenn wir uns wohlfühlen, kreisen unsere Gedanken gewöhnlich um Dinge, die wir mögen. Lob, Gewinn, Vergnügen und Ruhm. Wenn wir uns unwohl und gereizt fühlen, kreisen unsere Gedanken und Emotionen gewöhnlich um Dinge wie Schmerz, Verlust, Schande oder Tadel. Nehmen wir Lob und Tadel. Jemand kommt auf uns zu und sagt, du bist alt. Wenn wir Alter für eine erstrebenswerte Qualität halten, fühlen wir uns jetzt richtig gut. Wir fühlen uns gelobt und bestätigt. Daraus ziehen wir großes Vergnügen und ein Gefühl des Gewinns und Ruhms. Nehmen wir aber einmal an, wir hätten uns das ganze Jahr bemüht, unsere Falten zum Verschwinden zu bringen und unser Profil zu straffen. In diesem Fall fühlen wir uns zutiefst beleidigt. Wir fühlen uns beschimpft und empfinden entsprechenden Schmerz. Selbst wenn wir diese spezielle Lehre nicht weiter untersuchen, können wir schon jetzt feststellen, dass viele unserer Stimmungsschwankungen nur davon abhängen, wie wir die Dinge, die uns geschehen, interpretieren. Nehmen wir unsere Laune näher in Augenschein, können wir erkennen, dass sich immer ein Auslöser findet. Wir tragen eine subjektive Wirklichkeit mit uns herum, die ständig emotionale Reaktionen auslöst. Jemand sagt, du bist alt, und wir geraten in einen bestimmten Geisteszustand. Wir sind entweder glücklich oder traurig, entzückt oder wütend. Für jemand anderen mag dieselbe Aussage völlig neutrale Gefühle auslösen. Man spricht, empfängt Briefe, telefoniert, isst. Dinge erscheinen oder erscheinen nicht. Wir wachen am Morgen auf, öffnen unsere Augen, und den ganzen Tag über ereignet sich Unterschiedliches, bis wir am Abend wieder einschlafen. Auch im Schlaf geht es noch weiter. Während der ganzen Nacht begegnen wir in unseren Träumen, Menschen und Ereignissen. Wie reagieren wir auf das, was geschieht? Gieren wir nach bestimmten Erfahrungen? Lehnen wir andere ab? Wie abhängig sind wir von den acht weltlichen Dharmas? Die Ironie liegt darin, dass wir die acht weltlichen Dharmas selbst erzeugen. Wir erzeugen sie im Zusammenhang mit dem, was uns im Alltag begegnet. Sie besitzen keinerlei eigene Wirklichkeit. Noch eigenartiger allerdings ist, dass auch wir selbst durchaus nicht so solide sind, wie wir scheinen. Wir haben ein Selbstbild, das wir von Augenblick zu Augenblick neu erzeugen und dann reflexhaft zu schützen suchen. Dieses Selbstbild aber, das wir so verzweifelt zu schützen suchen, ist äußerst fragwürdig. Es ist viel Lärm um nichts, wie das Ziehen und Zerren an einer schwindenden Illusion. Wir glauben vielleicht, dass wir die Gefühle von Vergnügen und Schmerz, Verlust und Gewinn, Lob und Tadel, Ruhm und Schande insgesamt auslöschen müssten. Ein praktischerer Zugang wäre es jedoch, wenn wir sie kennenlernen würden, erkennen, wie sie uns einfangen, erkennen, wie sie unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit färben. Wenn wir erkennen, dass sie ganz und gar nicht so solide sind, wie sie scheinen, dann werden die acht weltlichen Dharmas Mittel für die Zunahme von Weisheit, Freundlichkeit und Zufriedenheit. Es wäre ein guter Anfang, wenn wir in unserer Meditation wahrnehmen, wie unsere Emotionen und Launen davon abhängen, ob wir etwas gewonnen oder verloren haben, gelobt oder getadelt worden sind und so weiter. Wir können beobachten, wie etwas, das als einfacher Gedanke beginnt, als einfache Energiequalität, sich schnell zu einer ausgewachsenen Empfindung von Vergnügen oder Schmerz entwickelt. Dazu brauchen wir natürlich ein gewisses Maß an Furchtlosigkeit, weil wir gern alles in Richtung Vergnügen, Lob, Gewinn und Ruhm steuern würden. Wir möchten sicherstellen, dass alles zu unseren Gunsten ausgeht. Aber wenn wir genau hinschauen, erkennen wir schnell, dass wir keinerlei Kontrolle darüber haben, was geschieht. Nur unsere Stimmungsschwankungen und Launen kommen und gehen. Endlos. Manchmal finden wir uns vollständig in ein Drama verwickelt. Wir sind stocksauer, als wäre jemand ins Zimmer gekommen und hätte uns ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen. Dann dämmert es uns, Moment mal, was ist hier eigentlich los? Wir schauen die Sache näher an und können erkennen, dass wir aus dem Nichts heraus plötzlich einen Verlust spüren oder uns beleidigt fühlen. Woher diese Empfindung gekommen ist, lässt sich nicht mehr nachvollziehen, aber hier stehen wir nun wieder einmal gefangen von den achtweltlichen Damars. Genau in diesem Augenblick können wir die Energie spüren, können unser Bestes tun, damit sich die Gedanken auflösen lassen und wir uns entspannen. Hinter all dem Durcheinander und den Sorgen ist weiter offener Raum. Genau hier, im Auge des Sturms, können wir alles fallen lassen und uns entspannen. Vielleicht sind wir aber auch in einer genussvollen, vergnüglichen Fantasie gefangen. Wir schauen hinein und erkennen, dass wir plötzlich das Gefühl haben, dass wir etwas gewonnen haben oder für etwas gelobt wurden. Was uns entgegenspringt, ist nicht kontrollierbar. Es ist so völlig unvorhersagbar wie Bilder in einem Traum. Aber da kommt es auch schon und wieder sind wir von den achtweltlichen Damars gefangen. Die menschliche Rasse ist leicht berechenbar. Ein winziger Gedanke kommt auf, eskaliert, und ehe wir es uns versehen, sind wir wieder in Erwartungen und Befürchtungen, Hoffnung und Furcht verwickelt. Im achten Jahrhundert brachte ein bemerkenswerter Mensch den Buddhismus nach Tibet. Sein Name war Padmasambhava, der Lotusgeborene. Er wird auch Guru Rinpoche genannt. Der Legende nach erschien er eines Morgens auf einer Lotusblöte sitzend inmitten eines Sees. Es heißt, dass dieses ungewöhnliche Kind völlig erwacht geboren wurde. Das heißt, es wusste vom ersten Augenblick seiner Existenz an, dass alle Erscheinungen, die Inneren wie die Äußeren, keinerlei Realität besitzen. Allerdings wusste das Kind noch nicht, wie die alltäglichen Dinge in dieser Welt funktionierten. Padmasambhava war ein sehr neugieriger Knabe. Schon am ersten Tag fand er heraus, dass sich wegen seiner Ausstrahlung und Schönheit Menschen von ihm angezogen fühlten. Er bemerkte auch, dass alle Menschen glücklich waren und ihn mit Komplimenten überschütteten, wenn er fröhlich und spielerisch war. Sogar der König des Landes war von dem Knaben so angetan, dass er ihn mit in seinen Palast nahm und wie seinen eigenen Sohn behandelte. Eines Tages spielte der Knabe auf dem Flachdach des Palastes mit Ritualgegenständen des Königs, einer Glocke und einem metallenen Zepter, dem Vajra. Entzückt tanzte er auf dem Dach herum, läutete die Glocke und ließ das Zepter kreisen. Schließlich warf er sie in die Höhe. Sie fielen vom Dach auf die Straße, landeten auf den Köpfen zweier Passanten und töteten sie augenblicklich. Die Menschen des Königreiches gerieten darüber derartig in Zorn, dass sie vom König verlangten, er müsse Guru Rinputschi des Landes verweisen. Noch am selben Tag wurde er allein und ohne Nahrung in die Wildnis verbannt. Das neugierige Kind hatte eine deutliche Lektion über die Wege der Welt erhalten. Die Legende berichtet, dass diese kurze Begegnung mit Lob und Schuld ihn alles lehrte, was es über die alltägliche Funktion von Samsara zu wissen gibt. Von diesem Zeitpunkt an gab er alle Erwartungen und Befürchtungen vollständig auf und arbeitete freudig für die Erweckung anderer. Auch wir können unser Leben auf diese Weise einsetzen. Wir können die vertrauten Gegensatzpaare in allem, was wir tun, erkunden. Statt automatisch in Gewohnheitsmuster zu verfallen, können wir anfangen zu bemerken, wie wir reagieren, wenn uns jemand lobt. Wie reagieren wir, wenn jemand uns beleidigt? Wie reagieren wir, wenn wir einen Verlust erleiden, wenn wir Vergnügen oder Schmerz empfinden? Ist das tatsächlich alles? Empfinden wir wirklich bloß Vergnügen oder Schmerz? Oder geht mit diesen Wahrnehmungen ein ganzes Libretto einher? Wenn wir Interesse an diesen Dingen entwickeln und sie mit der Neugier eines Kindes näher betrachten, untersuchen, wer wir sind und was wir tun, wird, was ein Problem zu sein schien, plötzlich zur Quelle von Weisheit. Eigenartigerweise beginnt diese Neugier, den sogenannten Egoschmerz oder die Selbstsucht, zu unterminieren und wir sehen klarer. Gewöhnlich lassen wir uns von angenehmen oder schmerzlichen Empfindungen einfach davontragen. Wir taumeln in unseren gewohnheitsmäßigen Stil und nehmen nicht einmal wahr, was wirklich geschieht. Bevor es uns bewusst wird, haben wir einen ganzen Roman darüber verfasst, warum uns jemand Unrecht tut oder warum wir auf jeden Fall Recht haben oder warum wir dieses oder jenes unbedingt haben müssen. Sobald wir diese Schemata jedoch verstehen, beginnen sie deutlich durchsichtiger zu werden. Wir gleichen Kindern, die eine Sandburg bauen. Wir schmücken sie mit schönen Muscheln, Treibholzstückchen und bunten Glasscherben. Die Burg gehört uns, andere haben hier nichts zu suchen. Wir sind bereit, anzugreifen, wenn andere sie zu beschädigen drohen. Doch trotz all unserer Besitzansprüche, das wissen wir, kommt irgendwann die Flut und schwemmt unsere Sandburg weg. Der Trick liegt darin, uns voll und ganz an ihr zu freuen, ohne jedoch anzuhaften und sie sich einfach im Wasser auflösen zu lassen, wenn die Flut kommt. Dieses Loslassen nennt man auch Nicht-Anhaften, allerdings ohne die kühle Distanziertheit, die oft mit diesem Begriff einhergeht. Diese Form des Nicht-Anhaftens enthält Sanftmut und Intimität. Tatsächlich ist es eine Art des Wissenwollens, ähnlich den Fragen eines dreijährigen Kindes. Wir wollen unseren Schmerz kennenlernen, damit wir endlich aufhören können, endlos vor ihm davonzulaufen. Wir wollen unsere Begierden kennenlernen, damit wir endlich aufhören können, endlos nach allem zu greifen. Irgendwie werden unsere Fragen immer größer und unsere Wissbegier wird immer umfassender. Wir möchten begreifen, was Verlust bedeutet, damit wir andere Menschen verstehen können, wenn ihre Welt zusammenbricht. Wir wollen wissen, was es mit Gewinn auf sich hat, damit wir verstehen können, warum andere fröhlich sind oder arrogant und aufgeblasen werden. Wenn wir einsichtiger und mitfühlender gegenüber unseren eigenen Abhängigkeiten werden, empfinden wir automatisch auch mehr verständnisvolle Zärtlichkeit für unsere Mitmenschen. Um unsere eigene Verwirrung wissend, sind wir eher bereit und fähig, die Verwirrung anderer zu lindern, uns die Hände schmutzig zu machen. Wenn wir Erwartung und Befürchtung nicht näher in Augenschein nehmen, nicht sehen, wie ein Gedanke entsteht, nicht sehen, welche Kettenreaktion er auslöst, wenn wir uns also nicht darin üben, nur mit der Energie zu meditieren, ohne uns in das Drama verwickeln zu lassen, werden wir ständig Angst haben. Die Welt, in der wir leben, Menschen, denen wir begegnen, Tiere, die uns über den Weg laufen, alles wird immer bedrohlicher. Wir beginnen also damit, in unser eigenes Herz, in unseren eigenen Geist zu blicken. Wahrscheinlich fangen wir damit an, weil wir uns unzulänglich fühlen oder verletzt und unsere Angelegenheiten in Ordnung bringen wollen. Allmählich jedoch entwickelt sich unsere Übung. Wir beginnen zu verstehen, dass andere Menschen, genau wie wir, von Hoffnung und Furcht gefangen sind, wo wir auch hinkommen, sehen wir das Elend, das sich aus der Unterwerfung unter die Achtweltlichen damals ergibt. Und es ist ebenso offensichtlich, dass die Menschen Hilfe brauchen und dass es keine Möglichkeit gibt, irgendjemandem zu nutzen, wenn wir nicht bei uns selbst anfangen. Unsere Motivation für die Übung beginnt sich zu verändern und wir sehnen uns nun danach, zum Wohl der Anderen endlich vernünftig zu werden. Wir möchten immer noch herausfinden, wie der Geist arbeitet und auf welche Weise Samsara uns immer wieder verführt, aber nicht mehr um unser Selbstwillen. Nun wollen wir es für unsere Gefährten, unsere Kinder, unseren Chef wissen. Es geht um das ganze menschliche Dilemma. Das ist ebenso offensichtlich.